Du willst etwas über mathematische Funktionen wissen? Ob wir das können? Wir sind Gangster! Was glaubst du? Was meinst du, wie wir zu Gangsters geworden sind? Pass auf, Junge! Y-Werter ab 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 Wir sind Gangster, da geht es nur um Mathe Natürlich sind wir dann auch sehr gut in Mathe Keine Frage, wir sind die Mathe-Gangst Ohne einfache gleiche musst du dir nen Kaffee trinken Wir sind Gangster, da geht es nur um Mathe Natürlich sind wir dann auch sehr gut in Mathe Keine Frage, wir sind die Mathe-Gangst Ohne einfache gleiche musst du dir nen Kaffee trinken Wenn du dir die Ableitung machst, findest du für den X-Werter die Steigung Das heißt, wenn der Y-Werter ab Leitung 0 ist, findest du ein potenzielles Extremum Wenn die Steigung der Steigung 0 erreicht, ist das ein Wendepunkt Ich merke es dir besser gleiche Tick, der bringt es nur für den Flächenvergleich Zwischen unter und über der X-Achse Guck, rechnen, das Gleiche, bestellen, sind leicht Einfach Y-Werter ab Null setzen und dann die Gleichung auflösen Oh cool, Symmetrisch ist es, wenn F von Minus X gleich X von X ist Punktsymmetrisch F von Minus X gleich Minus F von X Wenn du dir die Ableitung machst, findest Ableitung, was findest Ableitung, was findest du für den X-Werter die Steigung Wir sind Gangster, dir geht es nur um Patte Natürlich sind wir dann auch sehr gut in Mathe Keine Frage, wir sind die Mathe Gang Zu so ne einfache Gleichung musst du dir den Kaffee bringen Wir sind die Ängster, dir geht es nur um Patte Natürlich sind wir dann auch sehr gut in Mathe Keine Frage, wir sind die Mathe So eine einfache Gleichung musst du dir den Kaffee bringen Wir sind die Ängster, dir geht es nur um Patte Die Steigung, das heißt, wenn der Y-Wert Die Steigung, das heißt, wenn der Y-Wert Wir sind die Ängster, dir geht es nur um Patte Die Steigung, das heißt, wenn der Y-Wert Die Steigung, das heißt, wenn der Y-Wert Wir sind die Ängster, dir geht es nur um Patte Natürlich sind wir dann auch sehr gut in Mathe Keine Frage, wir sind die Mathe So eine einfache Gleichung musst du dir den Kaffee bringen Wir sind die Ängster, dir geht es nur um Patte Natürlich sind wir dann auch sehr gut in Mathe Keine Frage, wir sind die Mathe So eine einfache Gleichung musst du dir den Kaffee bringen Die Steigung, das heißt, wenn der Y-Wert Die Steigung, das heißt, wenn der Y-Wert Die Steigung, das heißt, wenn der Y wehrt, der ab Y wehrt, der ab Y wehrt, der ab Y wehrt.